Herzlich Willkommen bei Handfolge hier in Elgengrad. Ich wünsche allen einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende in die Zukunft, weil ich mit dem Zeitplan jetzt richtig geproppt habe. Und wenn die Aufnahmen so klappen, wie sie klappen sollen, wenn mal eine Folge nicht klappt, dann kann es sein, wenn eine Folge richtig schlecht ist, dann aufleicht die nicht und dann, weil erst geht es ja, fällt eigentlich im Großen und Ganzen nicht so auf, Entschuldigung, wir sind auch fast fertig hier, wir haben noch eine Bahn und den Rest zu machen, den Rand. Ich habe mit den beiden Sammelwagen praktisch die Kleine Ecken da oben gesammelt, das ist ganz gut funktioniert im letzten Vorgeholtzei. Der Jungewald ist noch nie zu schwer hier rein vorgewendet, das ist einfach mal ein bisschen verschenken. Das kann nur schief gehen. Ich habe doch extra einen Randkurs gefahren. Auf der Wiese hier. Das hat so weit nicht passiert. Ja, aber arbeiten tue ich nur mit einem neuen Programm. Mal schauen, ob ich das am besten jetzt da hinkriege, dass alles auch mehr auf HDR auch zu sehen ist. Also, das hat noch nicht geklappt bei den ersten Folgen. Warum weiß ich auch nicht. Ist halt so. Da muss man sehen, dass ich den Intro erneu mache, den nachspann, dann ist es von vornherein eine Aufnahme, wo das angeht. Ja, da muss ich es bearbeiten. Da geht es. Ich kann das Bearbeitungsprogramm so einstellen, dass es als HDR rauskommt. Aber es wird ja nicht gepackt so eingetragen. Wenn ich das Original hochlade, die Aufnahme, wie ich es gerade mache, ohne Bearbeitung, dann wird es auch als HDR angezeigt. Mindestens ein Testvideo von 60 Sekunden. Da muss ich mir hier rantasten. Ich bin nicht schon mal froh, wenn das Blöd nicht schlecht ist. Ich habe hier ein bisschen was probiert und gemacht und getan, um festzustellen bei Icarus, dass der eine Farbcode ganz schlecht ist für die Aufnahme. Das war total übersteuert. Bei Icarus jedenfalls war es übersteuert. Dann habe ich dann nachher durch Zufall was gefunden, was ich ändern musste, dann ging es nicht. Das ist auch mal kurze Bahn, aber das macht nichts, den machen wir gleich mit hier. Das hätte eigentlich sowieso hinterher. Die anderen müssen ja noch hinfahren, da steht ja die anderen Fahrzeuge im Weg. Das tue ich jetzt ungünstig. Ja gut, passen wir mal hier voll machen. 80 Prozent, 78 Prozent, 80 Prozent, 80 Prozent, 80 Prozent. Ja, diese Kurvenecken, da spinnt halt sich da jetzt ein Ballen. Da spinnt halt, äh, weiß, spinnt nicht. Kurzblick will dir keine zwei oder drei Vorgewände empfangen, weil einfach kein Platz ist, ne. Überleg, wenn du die Bäume wegnehmen, dann kriegst du zumindest einen Vorgewende mehr. Ja, dann müsste ich hier aber aktiv, ne, eingreifen. Also, baumtechnisch. Laubbäume müsste ich ja so verkaufen oder, ja, wegnehmen halt, ne, auf dem System. So, gehen wir in die langen Bahnen wieder rein, da wir hier, da zur Not mit kleinen Ecken machen. Na ja, jetzt, einer muss fahren und der andere muss warten. Damit die nicht im Wege sind. Also, das ist jetzt, äh, äh, das Problem. Baul dreift, dass das Gas zu eng geht. Oh, das wackelt, was ist los? Da ist irgendeine Position. Folgendwann. Katzenwalt, muss ich trinken da? Ne. Dann kann ich wieder sagen, heißer ist ein kühler. Aber, erst mal nicht. Vielleicht noch eins. Oder auch zwei. Das ist eine Position, die ich nicht mag. Oh ja, Frau runter. Der muss innen kommen. Muss nicht abhauen lassen, ne. Weil er jetzt gerade richtig fährt, ne. Also Gras geht dem Ende entgegen, von daher. Ja, das sind andere Arbeiten, die anstehen, ne. Beim Kalkstreuen, Dünger und so, glaube ich eher nicht. Das ist nicht notwendig, von der Prozente her. Aber Kalkstreuen ist kein notwendig. Aber das ist noch nicht so weit, das ist. Muss immer das eine fertig machen, ne. Dann können wir die Wiesen in einen Schlag selber kalten, ne. Kalken ist ja nicht das Problem. Aber erst muss BGH zu gemacht werden, also. Dann muss ich entsprechend da. Dann werde ich gleich mal rechts rum fahren. Und dass er mir der fährt und den Vollkrieg nicht sagen. Aktuell haben wir 70 Prozent. Zulog werde ich halt die Reste mit dem Sammelwagen, wenn es größere Mengen sind. Na, nachsammeln, ne. 87. 85. Da kann es sogar sein, dass er abhaut. So wie gesagt, ne, jetzt fahren wir nicht hinterher. Ich denke, man muss da richtig reinreichen. Jetzt auch voll. Das ist die Gelegenheit, rüberzufahren und die andere Bahn zu nehmen. Geh mal hoch. Entweder hat er noch kein Signal bekommen, der andere, oder muss er mal runtergefahren sein. Er muss gleich weggekommen. Ah, jetzt fährt er. Jetzt kann er auch die nächste fahren, ne. Jetzt fangen wir hier an. Wie? Fällt er sich links oder rechts? Die Kurve fahren. So. Ja, wie er fährt, ist denn gar nicht verkehrt. Das gibt Probleme, wenn der jetzt zu schnell ist und der andere zu langsam. Na gut, der macht aber nichts. weit. Acht. Ja, so ne eckigen Felder sind ein bisschen schwer für die KI, ne. Menschenbänner bisschen einfacher. Kannst du auch erzählen, was ich machen möchte und schon läuft da. Ja. Weiter und verkehrter Seite der Bursche. Na gut, was soll's. Und da muss ich auch noch. Da muss ich halt die andere Spur nehmen. Die links geht runter. Da brauche ich nicht so lange für. da muss ich auch mal wieder die Apo spielen. Mal sehen, wie ich da Zeit dafür. alles hier mit dem Aufnahmprogramm läuft, funktioniert und rein theoretisch bearbeiten auch so klappt wie es soll dann würde ich mal ein Spiel aufspielen wollen oder diese Gerabbahn 2 das runterneuerte kann man sagen da geht auch HDR direkt einzustellen hier ist ja jetzt von dem Windows entsprechend so errechnet worden ich bin der Meinung HDR gehört überall jetzt ein anderer dazu wollte einzeln sein naja vielleicht machen sie beim 24er rein wenn 24er kommt wenn sie alle zwei jahre machen dann kommt ja ein 24er also mehr als ne außer die machen ein jahr länger auf die Runde auch egal mehr also wir haben ja hierfür zu tun doch das ist ja nicht so ein ein jahr erledigt ne? die Lenkung ist ja ganz schlimm da bin ich auf die Taste gekommen so mein Lenkrad, eine Taste mit Bildschirm auf geht ne? warst du voll oder warst du nicht voll? 100% 93% normalerweise haut das auch ab probier es hier vorne nochmal probier es hier vorne nochmal aber normalerweise kommt er nicht wieder her ah der hat sich verabschiedet jetzt können wir leider mal den Kurs ein bisschen ändern da tut es ja auch nichts wir müssen hier ein bisschen korrigieren wir müssen hier ein bisschen korrigieren das ist nicht immer so aber manchmal ist das so ne? immer hat man so weil ja wenn der Pfeiler ist hier dann normalerweise ist die Straße so dicht dran ne? aber hier ist das Spiel ne? so hier Hafer noch und Weizen das ist das verkehrte Fahrzeug hier muss ich noch füttern naja gut bisschen Gras haben die noch gehabt werden zwar von der Gesundheit ein bisschen schwächer ja die Kohle muss ich auch korrigieren aber auch gleich und zwar hat das hier von KI also eingestellt aber das sollte ich jetzt äh ich habe ja den Kurs von der Karte übernommen gehört und das ist dann in dem Falle wir sind schöner jährig tief gewesen ne? ich bin festgefahren äh also es gehakt hier das ist gleich die gelegenheit wenn man einmal stoppen und ein bisschen rechts schieben ich denke mal einmal wenn wir noch gras machen können weil wir es juni haben aber ich will es auch so gestalten dass ich zum beispiel im notfall das dann nicht machen die sind ja alle benommen dicht zusammen oder ungünstig steine ärgern mich hier die großen feldsteine sind natürlich äußerst dämlich solcher muss ich hier auch eingreifen damit die nicht da nicht im weg seine mal stoppen musste mich ja wegfahren lassen sonst kein zweck sonst den stoppen auch gleich grunde die beiden fahrzeuge die ich brauche dann schon da und können wir sammeln der kathie stehen lassen also nicht da wir müssen irgendwie eine ehrenrunde fahren wird der lang da lang und den können wir eingreifen garantiert rechts rumfahren und dann dahin das mag sein aber wir wollen ja hier gleich mal sammeln nicht lange rumscheißen mindestens soviel ist ja gar nicht mehr der kurs mache ich aus die sichtbarkeit weil da spart fps ein gewaltig halbeise ja ich würde mal meine machen hat nicht mehr weg ne man hat jetzt wegen einmal fahren noch nicht mehr 17 so wie schon heute sollte schon heute gewesen sein ich wünsche mir allen einen schönen restfreitag und ein schönes wochenland bis zum nächsten mal tschüss